Hallo und Willkommen! Auf dem Kanal Sky Sport 4 Austria und Amazon Prime Video können Sie das Spiel live verfolgen des vierten Spieltags der UEFA Champions League. FC Liverpool, Bayer 4-0-4. Leverkusen diesen Dienstag, 5 November 2024 um 21 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!